ja moin wir ziehen einfach mal an Laporte in den Olympischen Rivalz Rewards erst mal moin Leute meine lieben Freunde eure Fifa-Poletos am Start hier ja direkt im ersten Pack erst mal von den Android-Paxen Laporte gezogen also in letzter Zeit haben wir glaube ich schon mit Walkouts auf jeden Fall recht gutes Lack vielleicht hätte ich auch den Mund halten sollen könnte sein dass jetzt vielleicht sogar nichts kommt ja RIP aber es geht um so ein Spiel okay und ich dachte schon hä aber es ist so ein Spieler den kann man gut eigentlich verkaufen na gut wenn es Untrade ist es halt mies ne aber ansonsten kann man den auch vielleicht für die einen oder anderen SPC davon gebrauchen falls man genügend zusammenkriegt so gucken wir weiter im dritten Pack ist leider auch nicht so weit viel wir haben auch leider nur vier Packs da ist der gute Nacho wir haben leider nur vier Packs weil wir erstens sind nur Rang 2 geworden gestern nicht mehr so viel gezockt auf Rang 1 und ähm was auch noch dazu kommt ist äh ne den wollte ich jetzt nicht nach unten tun ähm ja also auf Rang 1 hätten wir dementsprechend halt mehr Packs bekommen ne und ja wie soll ich sagen Rang 2 nicht das geilste aber wir nehmen die vier Packs mit im ersten war es ja gar nicht so schlecht mit dem 87er ist sogar eher nice wir haben direkt nochmal 83 plus diesmal ist es kein Warcode aber es ist Kradetki oder Kradetki wie ihn auch Leute nennen von Leverkusen oh Leverkusen Spieler äh heute Abend Leverkusen gegen Rangers ich freue mich schon ich hoffe also ein theoretisch müsste ich für Leverkusen stimmen aber ich denke mal ich werde für Rangers stimmen weil ich habe halt diesen Kent hier und ich würde ihn unbedingt halt gerne ähm ja ich würde ihn schon gerne weiterhin spielen und also als besseren Spieler noch spielen also dass er eine Verbesserung bekommt das finde ich jetzt nice aber ich glaube der ist so RM ne ach keine Ahnung nehmen wir einfach mit alles ähm ja dann haben wir das auch fertig ich würde sagen also es waren jetzt leider nur 4 Packs das ist halt leider lost gucken wir nach also bei uns verkauft sich hier auch leider nichts mehr das läuft nicht mehr so gut ich stell die mal ein bisschen billiger rein hätte ich vielleicht direkt mal machen sollen würde vielleicht das ein oder andere dadurch auch helfen ja gut die Methode klappt vielleicht gar nicht mehr so gut kann auch sein es wäre halt lost wenn es gar nicht mehr klappt weil ich würde es so gerne schon weiter benutzen aber kann halt sein dass es nicht mehr klappen tut aber falls ihr es mal ausprobieren wollt Positionswechselkarten haben eigentlich recht gut äh gut gut Coins gebracht mir eine Zeit lang einfach irgendwelche Positionswechselkarten für 200 Münzen auf Markt kaufen oder für 150 erbieten ihr seht ja hier ich habe auch Rechtsverteidiger zu Rechtsaußenverteidiger genommen oder so die gehen immer mal so weg und dann einfach für Minimum ähm ja Minimum habe ich 350 400 Münzen Mindestpreise zum bieten immer ansonsten mal für 500 bis 800 Münzen auf Markt gestellt jetzt gerade habe ich ein bisschen billiger auch aufgestellte 450 mal Maximum auch kriegt man trotzdem Gewinn weil ich habe es immer für 150 bis 200 Münzen mir geholt und da kann man schon den ein oder anderen Gewinn auch rausholen also ich würde sagen probiert es einfach aus es würde also ist halt ein kleiner Trading Tipp der auf jeden Fall ausbringt ansonsten wie gesagt Packs waren eigentlich recht nice also ich kann mich wenn ich aus den Android Packs aus Rang 2 alleine schon einen einzigen Walkout bekomme kann ich mich schon freuen wenn normalerweise passiert auch dass du einfach mal gar nichts bekommst ne wir machen jetzt gerade hier im Hintergrund noch ein Doppelupgrade 81 plus falls wir es hinbekommen wenn nicht kaufen wir die Spiele einfach ist ja nicht Gott und die Welt ne von den Preisen her kriegen wir auch noch Ideen machen wir noch eins zum Abschluss hin und dann würde sich das Video an der Stelle auch für dieses kurze Rewards Pack Opening dann auch beenden wir machen nur noch ganz kurz das einmal fertig es dauert einen kleinen Moment das ist jetzt gerade ein bisschen peinlich dass es leider so lange dauert ich hätte echt gedacht dass es schneller geht egal holen wir einfach ein paar Spieler so schnell aber das geht ganz fit ganz schnell eigentlich ne ah hier gehen wir einfach mal durch da holen wir einfach ein paar Spiele ein 800 900 Münzen kann man ja mal ausgeben die Packs haben mir eigentlich sogar in letzter Zeit recht viel Lack gebracht weil ich habe da auch schon den ein oder anderen Spieler rausgezogen muss ich ganz ehrlich sagen es sind gar nicht die schlecht es sind gar nicht so schlechte Packs ich kann sie auch weiterempfehlen also falls ihr sie machen tut aber dann würde ich halt nicht unbedingt die Coins ausgeben ich mache es jetzt nur weil ich die Coins habe deshalb ich rate euch wirklich nicht unbedingt Coins rein zu machen weil wie gesagt es kann immer trotz alledem Kacke rauskommen das ist immer so aber ansonsten wenn ihr die Coins äh wenn ihr die Coins alles klar nein wenn ihr die ähm Spieler im Verein habt untrade am besten halt untrade Spieler erstmal einbauen oder so damit ihr nicht irgendwie sinnlos andere andere Sachen davon ja also dass ihr nicht sinnlos eure Spiele ausgibt äh eure Coins ausgibt äh eure Coins ausgibt ich bin schon komplett blem blem ne nicht dass ihr sinnlos eure Coins ausgeben tut sondern lieber die untrade Packs äh untrade Spieler aus einem Verein hier rein macht ich bin schon total lost nutzt am besten einfach eure untrade Spieler aus dem Verein oder falls ihr unbedingt wollt auch diese tradable Spieler die ihr vielleicht gesammelt habt mit der Zeit es lohnt sich schon die Packs sind nice aus naja wahrscheinlich kriege ich diesmal nichts oh doch sogar ich kriege was zur Demonstration und es ist sogar ein Info-Walkout also Leute ich kann es nur empfehlen wie gesagt Frankreich Link ist Mitte Feld das ist ja direkt mal gar kein schlechter das ist Son Moximo ja moin den kann man auf jeden Fall mitnehmen also das ist nochmal ein mega kracher finde ich nochmal ein Kracher den man wirklich gut sehen kann damit beende ich wirklich das Video gerne äh das ist auf jeden Fall nice ich kann nur sagen ich bin zufrieden ja und nochmal ein Rakitic okay das Ding ist richtig easy jetzt muss ich halt Rakitic wo abgeben aber richtig los äh lustig ne richtig lol auf jeden Fall mega nice ich würde sagen danke auf jeden Fall dass ihr euch das Video angeguckt hat lasst ein Like und ein Abo da bis dahin und ciao ciao